Also, ich spiele auf jeden Fall wieder Revolverheld. Revolverheld? Ich spiele mit der Desert Eagle. Iiiih, du hörst Revolverheld? Ich fand damals Sharp-Shooter die Klasse voll unnötig, weil er klingt für eins. Dann hast du ja so nur dafür Headshots bekommen, weißt du? Mhm. Ja, gut kann sein, dass hier auch wieder reinkommt. Aber aus meiner Sicht war so... Brauch man halt nicht, finde ich. Wasser schmeckt so geil. Oh yeah. Was ist los hier? Zehn Minuten. Ich höre was. Was ist denn das denn? Oh, ich bin Host. War ja auch immer. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Oh, ich bin froh. Ich dachte mir war das Decken nicht an. Deswegen dachte ich jetzt. Na klar. Jaa. Jaa. Das war's für heute. Oh yeah Boah, Aua du Alten Drecksack Vor allem Irrüber war es so scheiße zu spielen Achso Sieht wohl aus Oh yeah Wow Oh! Ich werde ein paar Dich, Mann. Damn! We cleared this batch out. Nice work. What the hell? Nein! I didn't get the money. I'm kidding. Yeah, we're reloading. Way better. I love a bit of fan, sir, but let's keep our eyes open, right? We're doing great. Reporting what I am, right? You earned the money. Now spend it. So we're still three. Bye. Yeah, Desert Eagle. Best pistol, man. With him, I would like to fly. You too. Yeah! Sure, he's broken, like the oddTom. I'm standing right now. I'm unloading away. How is he? W interventions are we looking in front? Is this exactly what I am on my Legend of R typically? Yeah, I'm opening theises on the way in front of me. I don't know where they are going. Habe ich das immer nicht gesehen, weil ich gerade klatschte hier nur den einen Typ Geht es wieder ab hier mit oben Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und das, ihr dreckste Säue. Ja, ich hab ein Ultra-Kill gemacht. Alter, Aldi. Die wird jetzt total komisch. Bei den Clouds, bei den Unsichtbaren, bei den Kabelfiecher. Ja, und bei den Schwert hier. Raus für den Zweischuss. Den Strake und den Flashpond-Tücher so mitten laufen. Bisschen stoppen, damit ich die auf sie anschießen. Das IS dann fertig. Weiter! Er ist auf! Kohle röreläumen! Schau mal! Schau mal! Fertig! ange krig. Ja, und jetzt noch das Ding dann. Doch, ich hab meine Waffen alle. Leck. Boah. Oh man ey. Was los? Ich bin im Arsch. Das hast du verkauft. Der Stuhl ist so ausrasst. Der Stuhl ist okay? Ich fühle mich ziemlich gut, danke. Was? Letzte Chance. Ich muss den Pod runterladen. Ich muss den Pod runterladen. Ich bin in der Tür. Das ist ein Bild da hier echt. Oh, ne? Oh, ja. Ich hab's nicht mehr gesehen, ich hab's nicht mehr gesehen. Ich hab's nicht mehr gesehen. Das war's für heute. Das war's für heute.